Leute, ihr erinnert euch ja garantiert an die Story von gestern mit diesem Lachanfall. Der Grund dafür ist jetzt bei YouTube online hochwischen, ihr seid direkt da. Ich kann nur so viel sagen, Udo musste ein Schottenrock anziehen, hat so gespeist, aber dieser Anblick, wenn ihr das seht, ihr brecht auseinander oder ihr kotzt. Liebe Leute, passt auf, mir schweizt für die Freiheit, für alle Platzwarte auf diese ganzen Welt, mehr Freiheit, Freiheit für die Platzwarte. Wir sind close, wir sind nicht bei uns. Musik